Wer in Frankfurt eine Wohnung sucht, der braucht Zeit, Nerven und vor allem einen gut gefüllten Geldbeutel. Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir hat jetzt darauf reagiert und das Projekt Großer Frankfurter Bogen vorgestellt. Im Umkreis von 30 Zugminuten rund um den Frankfurter Hauptbahnhof sollen jetzt bis zu 200.000 neue Wohnungen entstehen. Alles entlang der Regional- und S-Bahnstrecke. Die Idee klingt erstmal ganz gut, doch es gibt auch Leute, die das kritisieren. Unter anderem der Landrat des Odenwaldkreises, Frank Matthiaske. In dem Moment, wo ich mich auf 200.000 Wohnungen im Rhein-Main-Gebiet konzentriere, vernachlässige ich natürlich sämtliche Gebiete, die außerhalb dieses Bogens liegen. Und 200.000 neue Wohnungen im Rhein-Main-Gebiet bedeuten 200.000 Mal Leerstand im ländlichen Raum. Seit Jahren versucht man mehr junge Familien in den Odenwald zu locken. Dazu wurde die Odenwaldbahn in Richtung Darmstadt und Frankfurt ausgebaut. Neue Wohngebiete erschlossen, kleine Grundschulen wie in Berfurt oder im Brombachtal erhalten. Das alles sieht der Landrat jetzt gefährdet. Irgendwann wird schon mal in Frage gestellt, lohnt sich die Schule noch, lohnt sich noch die ein oder andere Eisenbahnstrecke aufrecht zu erhalten. Und die Idiotie an dem ganzen Thema ist, auf der einen Seite produziert man leerstehende Schulen, leerstehende Kindergärten. Auf der anderen Seite muss man die neu aufbauen in den Ballungsraum hinein. Tarek Al-Wazir versteht die Bedenken des Landrats, teilen kann er sie aber nicht. Er sagt, das Land Hessen müsse sicherstellen, dass es auch in und um Frankfurt bezahlbaren Wohnraum für alle gibt. Ansonsten hätten wir das Problem, dass Leute mit einem mittleren oder niedrigen Einkommen schlicht keine Möglichkeit mehr haben, in den Städten zu wohnen. Und das kann auch nicht der Wunsch eines Landrats aus dem Odenwaldkreis sein. Die neuen Wohnungen im Frankfurter Bogen seien außerdem zum großen Teil auch für Leute gedacht, die nicht aus Hessen kommen. Natürlich ist klar, dass wir auch gleichzeitig alles dafür tun müssen, den ländlichen Raum zu stärken. Aber man kann nicht das eine gegen das andere aufwiegen. Wir leben am Ende als ganzes Bundesland Hessen auch davon, dass Frankfurt Rhein-Main wirtschaftlich so erfolgreich ist. Und über den kommunalen Finanzausgleich bekomme eben auch der Odenwald seinen Anteil an diesem Erfolg. Stefanie Oemisch aus Erbach